In diesem Beispiel lernst du, wie du das arithmetische Mittel, die Spannweite und den Median berechnest. Antonia hatte in den letzten Vokabeltests 6, 9, 4, 2, 5 und 4 Fehler. Bestimme das Maximum, das Minimum und die Spannweite. Das Maximum ist der größte Wert der Liste. Hier also 9. Das Minimum ist der kleinste Wert, also 2. Die Spannweite ist die Differenz zwischen dem Maximum und dem Minimum. 9 minus 2 ist 7. Bestimme das arithmetische Mittel und den Median. Um das arithmetische Mittel zu bestimmen, bildest du zuerst die Summe aller Werte. 6 plus 9 plus 4 plus 2 plus 5 plus 4 gleich 30. Dann teilst du die Summe durch die Anzahl aller Werte. Also durch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ergebnis ist das arithmetische Mittel. 30 Sechstel. Gleich 5. Durchschnittlich hat Antonia also 5 Fehler pro Vokabeltest gemacht. Nun zum Median. Zunächst ordnest du die Daten der Größe nach. Der Median ist der Wert, der jetzt in der Mitte liegt. Wenn aber zwei Werte in der Mitte liegen, dann bildest du aus diesen beiden das arithmetische Mittel. Der Median ist 4,5. Hier sind noch einmal alle Kennwerte zusammengefasst. Das Minimum ist 2, das Maximum 9. Deswegen ist die Spannweite 7. Das arithmetische Mittel und der Median sind ungefähr gleich groß. Das spricht dafür, dass die Fehler in den Vokabeltests gleichmäßig zwischen dem Minimum 2 und dem Maximum 9 verteilt sind. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Vielen Dank.